Unsere nächste Gruppe zeigt uns jetzt den Pass in die Tiefe bzw. den Lückenpass. Im Spiel nach vorne, das Umschalten von Abwehren auf Angriff, so schnell wie möglich ein Konterfahren, so schnell wie möglich vor das andere Tor zu kommen, heißt ich muss vertikal spielen. Und das Vertikal spielen braucht man zum einen ein bisschen Technik und zum anderen natürlich ein Auge. Und das haben wir versucht hier ein bisschen rauszubringen. Als erstes geht es hier darum, einen Lückenpass zu spielen. Das zu erkennen, wo ist die Lücke, wie spiele ich durch die Lücke und dass ich vor allem mit der richtigen Technik die Lücke suche und dann durch die Lücke durchspiele. Okay, dann machen wir uns fertig. Und mit der ersten Aufgabe sind wir startklar. Und los geht's. Er trippelt rüber, sieht die Lücke und mit der Innenseite rein. Genau. Das ist eine ganz einfache Übung, ganz präzise. Es geht darum, dass Sie auf jeden Fall sauber, scharf, präzise mit der Innenseite durchspielen. Da sieht man schon mal auch selbst, dass eine Lücke ist gar nicht so einfach, selbst wenn sich die Lücke nicht einmal bewegt. Okay, und der nächste. Durch die Lücke durch. Ja, schärfer, schärfer. Es soll ein scharfer, präziser Lückenpass sein. Jetzt ist es so, dass er von hinten kommt und versucht, hier reinzulaufen. Such die Lücke, spiel durch. Okay. Noch schärfer, Timing. Früher loslaufen, Adrian. Komm, geh los, Adrian, geh los, komm, such die Lücke. Ja, deute sie an. Genau. Marvin, lauf früher an. Versuch die Lücke eher zu finden. Okay, und Marvin, geh schon, lauf los, komm, lauf los. Ja, okay, geht heim durchgespielt. So, jetzt haben wir rechter Fuß, linker Fuß. Beidseitigkeit ist gefragt. Ja, wunderbar. Okay. Das Ganze ist als kurz, klatschen lassen, steil gehen. Ja, und wieder auf Lücke suchen. Und zuspielen, zack, und klatschen. Ja, genau. Okay. Okay, und kurz kommen, klatschen lassen und sofort geht er tief und versucht, die Lücke zu suchen. Ja. Gut, und jetzt die nächste Variation. Okay, und auf geht's. Er kommt wieder kurz. So, jetzt muss er Lücke erkennen dazwischendurch. Ja. Genau. Auf engsten Raum die Lücke erkennen. Durchspielen. Okay, und wieder zurück. Auf engsten Raum die Lücke erkennen. Ja. Okay. Okay. Ja, okay. Fangen wir noch mal ein kleines bisschen einfacher. Nochmal ein Mannschkel raus, dann ist der Raum noch ein bisschen größer. Okay, und jetzt, zack. Kurz kommen, sofort tief gehen. Auf Lücke. Aha. Okay, und die Lücke. Ja, und Richtung Tor. Ja, schade. Okay, gut. Applaus für die Gruppe. Die Fußball-Taktikfolie von 1x1 Sport für Aufstellungen, Spielzüge und Trainingsübungen hält auf fast jedem Untergrund und das mehrmals. Inklusive 48 Taktikzonen für Positionstraining und perfekte Raumaufteilung. Die 17 Gramm leichte Taktiktafel ist trocken abwischbar oder auch für dauerhafte Notizen geeignet. Haftet mehrmals und lässt sich praktisch in die Hosentasche stecken. Hol dir jetzt deine Fußballtrainerhilfen von 1x1 Sport. 3x1 Sport Untertitelung des ZDF, 2020